Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2. Nachdem wir hier ein bisschen aufgeräumt haben, würde ich sagen, wir machen das, was man zu erwarten hat. Es gibt einen Hebel. Ich würde sagen, gleich geht die Party ab. Schließt das Tor. Warum rennt ein Gardist rum? Gehört's. Wow. Wir Ork. Wir rennen rein. Wir müssen... Wow, das wird ein Übel. Wir müssen hier richtig ordentlich aufräumen. Oh, aua, aua. Lass mich in Ruhe, Diggi. Oh, wow. Also hier sind zum Glück... Wow. Das war... ...Glück im Unglück, Hammer. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Das ist ja nicht das Problem. Wir können gleich drinnen nochmal casten. Können Ich hatte wohl Glück. Nicht mit mir. Oh nein. Der tötet jemanden. Die töten. Die töten jemanden. Oh shitty. Hutus. Sind die auf mich jetzt sauer? Das ist ja doch immer auch geliebt. Haben die sich da gegenseitig umgebracht gerade drinnen? Nun. Ich will ja nichts sagen, aber... Das nächste Mal werden wir ja sehen. Ich habe Angst, hier reinzugehen, ehrlich gesagt. Ja, rund. Entschuldigung. Also wirst du deine Strafe dafür zahlen. Wie viel? 100 Goldstücke. Ja, ja, ja. Jetzt kriege ich dich aber. Gut. Dann werde ich die Jungs wieder beruhigen. Aber mach so einen Scheiß nie wieder. Nein. Ich sehe es nicht gerne, wenn es Schlägereien zwischen... Also... Wie viel? Okay, hier. Warte mal. Ich sehe es nicht... Wie viel? Nochmal. Was ist denn dein Problem, Junge? Ich zünde dich draußen an. Das mache ich mit dir. Oh. Ich glaube, Parzival bekommt jetzt gerade auf die Goschen. Auf die Goschen. Ja, weil der mich halt... Oh nein. Sorry. Ich konnte nicht anders. Sind wir halt ein Mörder? Ist mir egal. Wow, Alter. Also... Da vorne sind noch ein paar Tote, würde ich sagen, hm? Ja. Ja, Jungs. Alles okay? Boah. Das ist richtig übel. Also, das ist richtig nach hinten losgegangen für die... Na, jetzt können wir einfach gehen. Garund. Wie ist die Lage? Verdammte Sauerei! Irgendein Dreckskerl hat das Haupttor geöffnet. Jetzt sind wir nichts weiter als Futter für die Wölfe. Wenn ich den Verräter zu fassen kriege! Boah, das tut mir so leid, Garund. Das ging wirklich nach hinten los. Okay, lass mich bitte durch. Ich hab noch da hinten einen Haufen Orks zu zerlegen. Oh ja. Die haben Bock. Okay. Boah, die haben den nächsten ungenietet. Ist ja nicht zu fassen. Da ist nur noch einer. Naja, aber wir haben gemordet auf jeden Fall. Aua. Der hat Bock, Alter. Der hat Bock auf uns. Aua. Naja, wir können jetzt den kurzen Weg gehen, ne? Der will uns echt nochmal sehen. Okay. Das Doofe ist natürlich jetzt, weil wir relativ wenig... Also, weil wir die ganze Zeit weggerannt sind. Dass jetzt hier natürlich kaum jemand noch da ist, den wir anfassen können. Den wir nochmal ausnehmen können oder so. Ihr seht ja, die Leute sind ja alle tot. Hier drüben. Kero Lott ist tot. Alle. Einfach alle. Alter. Naja, das passiert halt, ne? Ich hab's jetzt einfach nur... ...gemacht, weil's möglich war. Und ich hab's ehrlich gesagt nicht gemacht, weil ich Bock drauf hatte. Und ich hab's wirklich nur deswegen gemacht. Also, hätten wir jetzt, ähm... ...ohne, ähm... ...let's play... ...den richtigen Schlüssel krieg ich das nie auf. Oh, das kannst du mir nicht dann erzählen, oder? Ohne Let's play hätte ich das, denke ich, nicht gemacht. Ist einfach nicht meine Art. So. Waffenknechte sind tot. Alle sind tot. Drüben war noch ein Waffenknecht. Ja. Wie's halt so ist, ne? Und was erzählen wir unserem Freund? Du, jemand hat das Tor aufgemacht. Ich kann dir nicht sagen, wer es war. Irgendein fieser Fiesling. Und jetzt sind deine Männer tot. Richtig tot. Alle. Gefühlt. Ich glaub, ich seh hier keinen, der noch... ...irgendwie noch... ...äh...lebt. Fero. Fero ist hier gestorben, guck mal. So. Lebt hier noch jemand? Er ist auch tot. Er hat noch ne Landkarte vom Minental. Der ist wenigstens konsistent. Kommen wir da rein? Ohne den richtigen Schlüssel krieg ich das nie auf. Schade. Den Schlüssel kriegen wir auch nicht mehr, weil... ...natürlich jetzt alle tot sind und schon despawned. Aber hey. Okay, das... So. Zu viel Geld brauchen wir jetzt auch nicht. Alles gut. Bitte. Der hinten wird noch gekämpft. Das ist ein Ork Schamane. Was macht der da? Na, den haben wir auch noch mal gegrillt. Brutus. Guter Mann würde ich sagen. Aber gleichzeitig... Hier ist so ne Fleischwanze und so. Brutus? Hey! Ich hab was für dich. Ausgezeichnet. Wenn du willst, kann ich dich trainieren. Volle Gönnung. Wow! Brutus! Das Tor zu öffnen, war ein großer Dienst für unseren Meister, kleiner Mensch. Ihn zu ehren, werden wir einen Stein auf deinem Grab errichten. Nun. Okay, pass auf. Brutus, nein. Nein. Wisst ihr was? Tut mir leid. Wir haben noch einen Alma nach. Und? Die 200 Gold haben wir jetzt? Boah. Das hat's jetzt nicht besser gemacht. Die Situation in diesem... Ort hier. Boah. Das hat echt alles. Also wirklich alles. Ist hin. Aber was hätten wir machen sollen, ne? Wenn wir Torloff mit wollen. Oder mitnehmen wollen. Müssen wir's halt so machen. Pfff. Ich bin immer so traurig, wenn dieses Tor aufgeht. Weil... Wisst ihr so, man... Man hat versucht, den Leuten hier zu helfen und zu kämpfen und so. Und... Wie böse kann ein Torloff sein, ehrlich gesagt? Oder wie... Wie... Was für einen Hass muss ein Torloff haben? Und damit man sagt, okay, wir bringen die jetzt alle um. Ist mir egal wie. Guck mal, zumal wir haben jetzt fast noch ein Level. Ja, leckst mich fetter. Das ist schon Wahnsinn. Das ist ein Heilkraut. Toll. Pack dir nice. Aber wir überleben, wenn wir hier runter springen. Wow. Nun. Nochmal. Passt. Jetzt geht's uns besser. Ja, aber das bedeutet, dass wir jetzt tatsächlich dem Ende entgegenrennen. Komplett... Also ich muss sagen... Ich werd's vermissen hier. Ich habe... Gothic 1 und 2 einfach wegen dieser Welt geliebt. Oder Liebe ist halt genau deswegen, weil... Die Welt zeigt einem ziemlich, ziemlich viel. Sie ist komprimiert und so dicht. Und man erlebt so viel. Und sie ist so abwechslungsreich. Und... Ja... Das Spiel ist halt einfach gut. Und man darf wirklich solche Spiele nicht unterschätzen. Und viele würden sagen... Ja, aber... Wie kann das sein? Dass man so ein Spiel mag oder so? Weißt du... Wisst ihr, was ich meine? Ja, das ist doch... Die Grafik ist nicht mehr so schön. Und ich denk mir so... Wie zeitlos kann ein Spiel sein wie Gothic. Ja... Also... Ich hab das... Lange, lange Zeit nicht gespielt. Weil... Warum sollte man das nochmal spielen und so weiter, ja. Aber ganz ehrlich... Ich hab's jetzt... Durch diesen Spiellauf nochmal richtig lieben gelernt. Ja... Okay... L is late. Apropos... Ähm... Ich spreche erst dann mit den... Leuten dort. Man darf halt nicht vergessen... Ähm... Die Story... Ist wirklich toll, ja. Also man hat sich wirklich... Sachen ausgedacht... Die wirklich spannend sind, ja. Ich hab was anderes gemacht. Es ist halt diese Mittelalter-Welt, ne. Ein bisschen mystisch... Bisschen dies, bisschen jenes... Und... Hey du... Bist jetzt schon ne Weile hin? Ja... Glaub mal. Ich... Gut... So... Okay... Pass auf... Er schmiedet noch... Ich will ein bisschen Gold noch ranschaffen, damit wir uns... Das nächste... Äh... Die nächste Kohlen zusammen... Meistern können. Noch ein paar Klingen haben wir. Wenn es noch ein bisschen... Oh... Moment mal... Wir könnten von ihm... Warte mal... Wisst ihr, was wir machen? Es ist ganz einfach, Junge. Besorge dir ein Stück. Es ist ganz einfach... Ganz schlecht. Komm, wir lernen jetzt einmal durch. Wir brauchen das ja jetzt nicht mehr so dringend. Außer vielleicht für... Ah... Die Armee. Ja, passt perfekt. Das war ja ideal. Es sei denn, wir bekommen noch irgendwo... Ein paar... Ah doch, ich weiß, wo wir noch hin könnten. Wo wir vielleicht noch den Rest der Punkte zusammen... Suchen könnten. Wollen wir das machen? Weil dann gibt es, glaube ich, nochmal ordentlich Kohlen, oder? Da bist du ja... Ah... Wir gucken mal, wie viel wir... Ach, schade. Ich guck mal, wie viel wir für eine Rubin-Klinge bekommen. Klinge. Wir halten das Zeug jetzt erstmal ins Feuer. Ja... Oh... Pass auf, der kommt jetzt hinter uns. Yes. Okay. Gucken wir mal. Eine Rubin-Klinge. Ist auch ein ziemlich gutes Schwert tatsächlich. Hey, du. Wer bist du jetzt? Ich will... Gut. So. Also, ehrlich gesagt... Das reicht vollkommen. Ähm... Da brauchen wir sonst nichts mehr. Bis wir die einmal durchgeschmiedet haben. Wir sind schon 800. 1, 2... Boah. So, warte mal. 1, 6 schon. Wir haben 5.000, also mehr brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Ja, so hätte man auch sein Geld verdienen können, ne? Na, wir haben es ja anders erhalten. Glücklicherweise. Weiß gar nicht, wie viele Schwerte wir jetzt noch schmieden könnten. So... Oh ja, sehr gut. Jetzt nur noch Kloppen. So... Bienen-Klinge. Wenn wir 10 davon haben, haben wir wieder 4.000, also... Also 4.000... Ne. Mehr. Upsi. Wir verdienen noch ein bisschen mehr damit. So... Oder 400 bekommen wir für eine. Ach, keine Ahnung. Ist mir auch egal. Mal. Wir schmieden jetzt welche und... Heimsen das Geld ein und dann ist gut. Fürs Endgame wäre ein bisschen Gold nochmal für die Mana trinken und so. Wichtig. Da bist du... Gut. So. Ja. 4.000 haben wir noch. Wir kommen gleich nochmal her. Wie viele Rohlinge haben wir noch? 24. Wir hätten noch 8.000... Ja, wir sind danach ein stinkreicher Mann, ne? Ist das wirklich wahr? Wir könnten noch gucken, wo noch Rohlinge rumeiern, ne? Von mir hatte das nicht. Also von daher. Gut. Dann würde ich sagen, Garund, es ist Zeit. Äh, Lord Hagen meine ich. Die Orks haben die Burg im Minental gestürmt. Bei Inos! Was genau ist da geschehen? Irgendwie hat sich wohl das Tor geöffnet. Irgendwie? Wie ist das möglich? Es muss einen Verräter in der Burg gegeben haben. Worauf wartet ihr noch? Jetzt, wo die Burg gestürmt wurde, brauchen wir umso mehr Vorräte. Aber unser Aufbruch wird sich dadurch nicht lange verzögern. Oh, okay. Wow. Auch? Fragezeichen. So, ich nehme mir grad nochmal ein Bonbon. Entschuldigt, bitte. Damit ich auch noch durchhalte. So. Jetzt würde ich tatsächlich alle Tränke noch kaufen, die ich finde. Der hat keine... Doch, der hat die hier. Die würde ich auch kaufen wollen. Zumindest nicht alle, sondern ein paar. Der erzähle ich gar nichts mehr. So. Dann gehen wir nochmal zum Markt. Äh, Ignaz noch, stimmt. Ignaz vielleicht noch. Ich könnte dir das andere erzählen. Ja, und dann? Glaubst du wirklich daran? Dann, ähm... Müssen wir noch zu Torloff. Vielleicht gucken wir dann noch kurz bei Sagitta vorbei. Wobei wir könnten einmal durch den Wald gehen dort. Ah. Und hier den Wald würde ich auch gerne nochmal machen. Stopp. Äh. Ich vergesse immer das... Ich sollte mal auf... Dingschen. Ein Rohstahl schadet uns nicht. Nichts. So. Hoppala. Hui. Wir gehen nochmal zum Markt. Holen uns... Ah, wobei. Jetzt wo... Harad... Gerade hier dran... äh... Klemmt. Da kommt er wieder. Okay. So. Moin Konstantino. Das hätte er doch besser wissen müssen. Ja. 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 Ja.